Guten Abend Leute und herzlich willkommen zurück in Soma, wo man ja mit einigem Bedenkzeit oder einiger Bedenkzeit dieses schöne Rätsel lösen konnten, um das Terminal zu aktivieren, wo man auf seltsame Weise von irgendeiner Macht oder irgendeinem höheren Wesen, keine Ahnung, diese Dings, diese Zahlen gesandt bekommen hat. Um das Terminal hier zu öffnen und damit haben wir Omicron geöffnet, was wiederum heißt, wir können weiter auf der Suche nach dem super tollen Tauchanzug. Ach, hier ist ja... Wieso ist denn jetzt hier zu? Was soll denn die Scheiße? Ach so, um den Wasserdruck zu eins tun. Luft anhalten, Freunde! Dann machen wir auf die Lucke hier, wir wollen raus. Oh, jeder von diesen Ruppern dran. Habe ich dich eigentlich schon abgehört? Wir wollen die Scheiße öffnen und niemand antwortetet auf nichts. Ich habe mich nicht. Was soll die schwerer Bedeutung haben, die uns hier rauskriegen? Nichts, du verstehst? Sie sind tot, alle tot. Ja... Sie sind richtig. Wie kann man so kalt, was das Ding an? Wir sterben! Wie viel Wasser habt ihr euch? 20 Minuten. Topf? Hey, ich bin in Rot. Sekunden entfernt, bevor ich CO2 zu bekommen. Straski? Wieso, warte, richtig? Ich bin der Master von meinem eigenen Feucht. Warte, Straski, was machst du? Echt eines der schlimmsten Wege abzutreten, finde ich. Aber zumindest ist jetzt ja alles mit Strom versorgt. Bist du freundlich? Kumpel? Das habe ich auch mal gemerkt, generell das Signal ist von uns immer gestört, egal ob es ein feindliches Gerät ist oder ein freundliches. Spätsitzatlantischer Hering. Population 0. Diagnose fehlgeschlagen. Bestandszählung unzuverlässig. Okay, also, na gut, mit Wasserbomben, das ist eh Quatsch. Züchten die hier Fische? Himmelsgucker? Ja, die züchten hier, oder, na gut, züchten vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall halten tun sie sich. Die Frage ist nur, wieso? Weil die Noah, oder die Arche, besser gesagt, ist ja ein digitales Schiff. Also das existiert ja in echt gar nicht. Nur auf einer Festplatte, sozusagen. Wozu sollten die dann Fische haben? Vielleicht so lange die dann hier sind, dass sie was zu fressen haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schauen wir mal nach Omikron rein, was ja schon so einladend die Tür geöffnet hat. Warte mal, ich glaube ich... Ja, ich gehe gerade zurück. Ein Schwarzfisch, okay. Echt interessante Sorten haben die hier, muss man schon sagen. Oh, das kommt mir vor wie so ein Wächterroboter hier. Äh, bevor wir reingehen... Achso, von da kommen wir ja, ne? Ja. Ja, von da kommen wir. Äh, dann soll ich nämlich nochmal schnell da drüben gucken, aber... Orientierungssinn lässt wieder grüßen. Amikron, wir wollen line zu dir. Und dann mach ich ganz so etwas ab. Zopf mir. Denn wir sind ein Säugedür und brauchen Luft. Luft. Offline. Bitte anderen Eingang benutzen. Toll. Was gibt's denn hier sonst noch für einen Eingang? Vielleicht hier hinten, oder? Das sieht mir nicht ganz geheuer aus. Aber das scheint der einzige Weg zu sein. Ja. Ist er auch. Wenn schon solche Skript-Dinger kommen... Oh, scheiße. Ach, wie so ne Leiter, das geht auch so. Ich frage mich... Von was bekomme ich gerade Störsignale? Ist doch alles gut? Oh, funktioniert die Tür jetzt hier bitte? Sehr schön. Mit sehr lautem Anstoß, dass uns jeder hört. Jedes noch so creepy Monster. Koneck. Ich kenne die Tür und weg. Und jetzt kenne ich die Tür. Die Tür. Also das ist ganz schön. Das ist das auch. Jetzt ist das nochmal für mich. Gibt es hier einen Schatz. Das würde ich sehr begrüßen, denn ich will ihn wieder haben. Hubsen brauchen wir nicht. Danke. Nix. Ich gucke nämlich manchmal hingehen auf irgendwelche Schilder oder interessante Sachen, aber... Brauchst du ein paar Gewichte? Nö. Alter, was mit dir passiert? Ja, der hat hier eine Blackbox mehr, wenn er umgebracht wurde. Also so in den Kopf zerstoßen. Den kann ich hier nicht einfach nehmen. Nö, natürlich nicht. Bringt nix. Lecker. Hier muss wieder was durchgekommen sein. Also... Wir können definitiv schon sagen, wir sind hier nicht alleine. Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Taucherraumkonsole. Dann müsste ich wahrscheinlich da hin. Hier ist alles zu. Weil ich überlege gerade, war da... Ich habe die Karte leider nicht mehr im Kopf, ob das hier bei Omicron war, wo dieser riesige... Äh, Aufzug war, der direkt nach unten geht. Ich... Das sieht mir echt danach aus. Dass da quasi, sobald man den Anzug haben, dann direkt hier Tor auf und rein da. Zumindest klingt für mich erstmal der Plan hier schlecht. Wir haben Charles zurück. Jawohl. Kumpel, habe ich dich vermisst? Ich dachte, du bist im Abgrund gestorben, aber nein. Du hast dir selbst ein bisschen Luft abgelassen, um dich hochzupusten und bist hier irgendwie gelandet. Hast dich vielleicht noch per Taxi... Ich habe ihn wieder und ich lasse ihn nie wieder los. Egal, was auch kommt. Es sei denn, es kommt eine Leiter, da kann ich natürlich nichts machen, aber... Endlich habe ich dich wieder. Jetzt ist aber nur noch die Frage, wie geht es hier weiter? Hä? Hier werden wir von hier sind wir hergekommen. Achso, hier kommen wir noch ein. Charles, mein Digger. Das wird schon in der Dive. Endlich habe ich dich gefunden. Also jetzt muss man lassen, die wissen wirklich, wie man Trauer aufbaut. Du bleib mal liegen. Hydroponics können wir nicht rein, aber Containment können wir. Und jetzt muss ich noch ein paar Mal sehen, wie man Trauer aufbaut. Ich kann mir nicht helfen, aber zu behaupten, das klang so ein bisschen nach unserer Stimme. Sprich das zukünftige Licht zu uns oder wie? Global Lockdown immer noch. North A Medical Bay. Charles, du bleibst mal wieder hier. Schön da liegen bleiben. Und hier, ich habe sogar Gesellschaft für dich. Macht aber Kind. Na, langsam, langsam. Ich weiß, du bist nervös. Du hattest schon lange keinen Kontakt mehr, aber hier. Genieße es. Ich schaue mich währenddessen mal um. Okay, gucke ich gleich mal rein, aber ja, sehr schwerer Hirntumor, Schraubenschlüssel im Brustkorb. Der kommt durch. Gut, äh, bitte, 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 was haben wir hier? Ich wollte dich eigentlich nicht wegschmeißen, ich wollte dich drehen. Unwichtiges. Ich hoffe, ich will schauen, Schraubenschläge. Nein, nö. Okay, da hinten scheint es auch weiterzugehen. Erstmal schaue ich mich mal schnell hier hinten um. Hier ist schon mal Gokkehner drin, okay Aber auch sonst Jetzt erstmal nix wirklich interessantes Hier, dachte vielleicht noch irgendwelche Daten oder irgendwas Aber nix dergleichen, gut Auf Wiedersehen Charles Ihr werdet euch ein andermal wiedersehen, keine Sorge Oder vielleicht ist es auch einfach nur die Psyche, die unseren Typen hier zu schaffen langsam macht Mich würde es nicht wundern Langer Gang, langer Gang Ich hasse lange Gänge, ich hasse lange Gänge, ich hasse lange Gänge, ich hasse lange Gänge Ich hasse lange Gänge Ich hasse lange Gänge Also auch wenn jetzt noch nix passiert sein mag Ich hab die ganz blöde Befürchtung Das wir hier mal zurück müssen und dann rennt uns hier was hinterher Alles gut, alles gut Charles Achso, dich soll ich übrigens von Luke und Arthur grüßen Äh, Charles Ne? Ganz vergessen Was ist das für ein Geflüster? Hört auf damit Auf jeden Fall muss man dem Teil hier irgendwie Strom geben Ich bleib hier keine zwei Minuten länger So, wenn ich kann Alles zu, alles zu, alles zu, alles zu So, dann Wieso sie Wieso ist die Tür zu? Leute, das könnt ihr nicht machen Oh Oh Ich immer mit jemandem sprechen kann, Catherine Es tut gut mit jemandem zu reden Ja Ja Das hat mich auch gemacht Du kennst, wie bist du von Vancouver von Vancouver von Toronto Von dann bis jetzt Wie kann ich mich vergessen? Okay, also Wir machen es wieder Du willst mich in den Zukunft? Nein, du Idiot Ich will deine Geflüster in einen neuen Körper Was? Schau, wir wissen schon, was kann sein können Wir müssen es nicht großartig machen Es ist großartig, Kat Es ist großartig Es muss noch etwas anderes Das kann uns nach unten Aber Dunbad at Theta war das einzige vessel das kann diese Druck Und du sahst, was passiert Dann denkst du an etwas anderes Simon, bitte Du musst nicht in diesen instanzen Nur Spannst du für jetzt Wenn wir etwas anderes finden, dann ist es großartig Wenn nicht Ich habe nichts für euch Danke, Simon Schau dir in den Rücken Das ist, wo wir die Parasiten behalten Wenn es nicht mehr gibt Zumindest ist es aber jetzt mal Strom Ist ja wirklich primitiv hoch 18 hier Boah Wenn du Tag meinst, dann holst du sie will es ein Fucking Seht eine Power Suit Und давайте rausgehen mit das Anscheinend Ich habe ein PowerSuit Ich habe einen PowerSuits Ich habe einines PowerSuits da Ich habe eine PowerSuits Det ist Es war eine Zwei Ist es Da Anschein Ja, ein Terminal habe ich schon gefunden. Ich weiß bloß noch nicht, warum wir den Airlock hier brauchen sollten, aber... Wahrscheinlich so ein Außeneinsatz, den wir da noch machen müssen. Ah, wir sind in Omikron und dann ist da noch was anderes? Okay, da unten ist eben noch bei Tau. Äh, ja, ich hätte auch schon hier zurück. Okay. 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 Bitte, Simon, ich kann nicht auf die Arc. Ich brauche das, um zu arbeiten. Wir brauchen einen Cortex-Chip, Struktur-Gel und das, was wir denken. Das ist eine Melba-Shop-A-List. Danke. Ich stehe hier einfach, wenn das okay ist. Alles klar. Wo auch immer ich das ganze Zeug herbekommen soll, aber von mir aus... Äh, hat er... Ah, ich darf zurück, das war klar. Äh, der Kampfanzug-Information. Der Hochdruck-Kampfanzug, der eine Temperaturspanner von 50 bis minus 75 Grad Celsius standhalten kann, während im Inneren gemäß Standard-Einstellung gleich beim 40 Grad herrschen. Äh, der Anzug schirmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann den Normalwert von 1 ATM bis zu einer Tiefe von 5000 Metern beibehalten. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation und sogar die Hydrierung reduzieren. Heiß. Der Anzug kann über rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein, normalerweise aber kann ein Anzug von jedermann getragen werden. Schon mal gut. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Haut gleitwert den Puls, die Hohenaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. Joach, dann... ...dürfen wir jetzt erstmal shoppen gehen. Charles, du kommst mit. Wir gucken erstmal uns hier draußen um. Bevor ich nämlich da zurückgehe, da habe ich das ganz miese Gefühl, dass da irgendwas passiert. Deswegen... Äh... Vergiss, was ich sagen wollte. Kann ich den nicht doch mitnehmen? Haben wir nicht hier schon irgendwas? Oh, hätte ich ganz drüber sehen. Jetzt... Sind wir zurlaitungen... Ach... Ach... ... ... Ach... Ach so, bestätigt. Ich beschädig... Ach so, bestätigt und ich beschädigt. Das hilft mir jetzt nicht so wirklich weiter. Sind die jetzt vielleicht aufzumachen? Nein, nein, nein. Ich will hier rein. Okay. Irgendwas ist dann hier in der Station. Ich weiß es ganz genau. Sonst wäre das... Ja, wir brauchen ein Cortex-Chip, Struktur-Gel und ein Power-Plaque, um die Zoot vorbereiten zu haben. Ich weiß... Aber ich habe keine Ahnung, wie das Zeug aussieht, geschweige denn, wo ich denn herbekomme. Die Tür ist offen, das gefällt mir nicht. Ich habe dir das zugemacht. Zu dein Ding. Achso, das ist das Ding, was hier rumrollt. Ich denke mir, was macht dieses Geräusche? Ich denke mal einfach, was hier... ...hier so rumliegt, das wird es nicht sein, oder? ...hier so rumliegt... ...hier so rumliegt. ...hier so rumliegt. Da blieb ich mir sicher. Äh, wenn ich es irgendwo sehen sollte. Hier ist... ...auch nix davon. Ne, ich denke mal, wir dürfen raus. So wie es gerade geruckelt hat. Ich will die Busker, komme ich von da oder von da? Ich komme, von da hinten kam ich. Ja. Alle zu. Was aber bescheuert ist, weil ich brauche das Zeug hier wahrscheinlich. Kerosin braucht man nicht. Das ist zwar ein schöner Lagerraum, aber irgendwie nichts von dem Zeug, was ich brauche. Na dann weitersuchen. Meine Sorge ist, was für ein Viech kommt denn hier? Eins, was man nicht ansehen darf oder nur eins, was man sich gar nicht in der Nähe befinden darf. Was richtig scheiße wäre. So, und bevor man nämlich die ganze Einkaufsliste, die hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Äh, ich habe nämlich auch den Tipp von jemandem bekommen. Ich bände nämlich nochmal hier kurz den Namen ein, den habe ich nämlich leider gerade vergessen. Aber mir wurde der Tipp gegeben, dass in so einem Raum, und die Beschreibung passt perfekt darauf, dass hier, wenn man eine bestimmte Zeit hier bleibt, creepige Dinge passieren sollen. Ich warte einfach mal ein paar Minuten ab, und wenn etwas Interessantes passiert, blende ich es natürlich ein, ansonsten, jo, sag ich ansonsten schonmal erstmal dann vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe, dass hier gleich noch etwas Interessantes passiert, ich weiß es nicht. und bis dann erstmal von eurer U-Doppel-K. Tödelö. Ah. Fehler kann Maschinenraum grundsätzlich sein. Und, ist hier Überlastung? Äh. Ich muss wahrscheinlich einmal alle aktivieren hier, oder wie? Oh. Lockdown aufheben. Nice. Ich glaube ich habe es geschafft. Hier sind zumindest die ganzen Türen offen. Aber hier passiert wirklich irgendwas, weil dauernd habe ich hier diese Systemstörungen. Aber hier rein kann ich auch nicht. Ich glaube ich habe es geschafft. Also das ist ja bei uns so ein paar Mal krisselt, so wirklich passieren tut dir nichts. Könnt ihr mal gerne noch schreiben, äh, in den Kommentaren, ob hier noch was passieren soll. Quasi ob ich noch länger warten soll. Aber wie gesagt, war es erstmal von der Folge. Tödelö. 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 Tödelö.